Vom Schreiben Leben, ein Podcast der Frei und Wunderbar Akademie. Wir sprechen hier über die Kraft der Gedanken, über Schreibtipps für Romane und über Marketingstrategien für Menschen kreativer Berufe. Lass uns gemeinsam deinen Horizont erweitern und herausfinden, was dahinter auf dich wartet. Ein herzliches Willkommen sendet dir aus ihrem Kreativraum die Autorin, Mentorin und Unternehmerin Annika Bühnemann. Das bin ich. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir heute die Möglichkeit haben, eine neue Podcast-Folge gemeinsam zu erleben. Es ist für mich ja auch immer halb geskriptet, halb spontan. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie darüber gesprochen, wie ich seine Podcast-Folge eigentlich aufnehme. Ich habe immer ein Thema, das mir so im Kopf herumschwirrt. Das verfestigt sich dann so über ein paar Tage. Dann schreibe ich das zuerst auf in meinem Kreativbrief, den ich ja einmal in der Woche verschicke, immer freitags. Und daraufhin nehme ich dann eine Podcast-Folge auf. So ist momentan der Ablauf. Und manchmal ergeben sich dann in der Folge selbst noch neue Dinge, die ich in meiner schriftlichen Vorlage gar nicht beachtet habe oder die mir da gar nicht eingefallen sind. Oder man hat ja einfach, wenn man, ich sage mal, eine gute halbe Stunde über ein Thema spricht, nochmal andere Möglichkeiten, über Themen und so weiter zu sprechen, als wenn man das einfach nur versucht, auf ein bis zwei Seiten schriftlich zu machen. Sollte die Podcast-Folge heute von der Tonqualität her irgendwie sich von anderen unterscheiden, liegt es daran, dass ich ein neues Mikrofon ausprobiere und hoffe, dass es natürlich qualitativ besser ist als sonst. Aber wenn es schlecht läuft, ist es schlechter. Dann ist das halt so, aber dann wisst ihr Bescheid einfach. Wenn sich da was anders anhört, liegt es daran, dass etwas anders ist. Ich möchte heute über das Thema sich etwas schön reden, sprechen, was auch mit den Themen Eigenverantwortlichkeit und negative Gefühle zu tun hat. Ich bin darauf gestoßen, weil ich irgendwie beim Surfen im Internet auf die Aussage gestoßen bin, dass jemand irgendeine negative Situation erleben musste und dann irgendwie gesagt hat, ich muss mir das jetzt schön reden, weil das ja sozusagen wegen des Gesetzes der Anziehung notwendig wäre nach dem Motto, deine Umwelt ist so, wie du sie dir erdenkst. Du bist deine Umwelt, deine Umwelt bist du. Und wenn ich etwas Negatives erlebe, bedeutet das ja, dass ich etwas Negatives gedacht habe in der Vergangenheit oder mir irgendwie etwas zu Schulden habe kommen lassen, dass ich jetzt etwas Negatives empfinde und eine negative Situation habe. Und der Umkehrschluss war dann, ich muss mir das schön reden, damit ich in der Zukunft keine negativen Erfahrungen mehr machen muss, so ungefähr. Und da bin ich dann gedanklich stecken geblieben, weil ich das so einfach nicht unterschreiben konnte. Es geht beim Gesetz der Anziehung beispielsweise oder allgemein bei dieser Herangehensweise, deine Gedanken haben Auswirkungen auf dein Leben, nicht darum, sich etwas vorzugaukeln. Und ich habe das Gefühl, dass es manchmal die Tendenz gibt, nach dem Motto, mein Laptop ist kaputt, ja, vielleicht will mir das Universum damit etwas mitteilen, dass ich, was weiß ich, mal wieder Urlaub machen sollte. Ist ja vielleicht ganz gut, dass mein Laptop kaputt gegangen ist, weil jetzt kann ich endlich mal wieder die Sonne genießen. Wenn das die wahre Meinung über die Situation ist, ist dann natürlich nichts daran auszusetzen. Aber meiner Meinung nach besteht die Gefahr, dass man eben krampfhaft versucht, aus einer schlechten Situation eine gute Situation zu machen, um, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, das Negative nicht fühlen zu müssen. Wenn ich beispielsweise, wie ich jetzt in diesem Beispiel, wenn mein Laptop kaputt geht, dann ist das völlig in Ordnung, meiner Meinung nach, wenn man sich darüber ärgert und nicht die Schuld irgendwo sucht in der Vergangenheit nach dem Motto, oh nein, wahrscheinlich habe ich mir gewünscht, mehr Zeit zu haben und jetzt ist mein Laptop kaputt gegangen, damit ich nicht arbeiten kann. So meinte ich das ja nicht. Ich weiß nicht, wie ich diese Rechnung bezahlen soll. Was auch immer. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Natürlich ist das jetzt ein sehr, ja, ein Beispiel, das keine gravierende negative Folgen hat. Aber ich möchte das erstmal anhand eines nachvollziehbaren Beispiels festmachen, bevor wir in der Ebene weiter einsteigen. Also, es ist völlig egal, warum dieser Laptop nun kaputt gegangen ist. Wir müssen mit der Situation jetzt irgendwie umgehen. Und meiner Meinung nach hilft es da nicht unbedingt, sich das schön zu reden, nach dem Motto, was könnte denn schön daran sein, dass mein Laptop kaputt ist, so Richtung positives Denken, sondern einfach die Situation anzuerkennen als das, was sie ist, nämlich eine Unterbrechung in meinem Alltag. Und wenn ich eine Unterbrechung in meinem Alltag gut finde, dann ist es gut, dass der Laptop kaputt gegangen ist. Wenn ich aber gerade absolut auf den Laptop angewiesen bin und auch wirklich ihn unbedingt brauche, dann ist diese Situation gerade, dann empfinde ich die als negativ. Und es ist nicht schlimm, wenn man etwas als negativ empfindet. Und der Sinn des Lebens oder das Ziel des Lebens muss nicht unbedingt sein. Ich finde, jeder legt es ja auch so ein bisschen selber fest, was er in seinem Leben haben und erreichen will. Natürlich wollen wir gerne, das liegt in unserer Natur drin, so viel Positives wie möglich erleben und so wenig Negatives wie möglich. Wir wollen keine Angst haben, wir wollen keine Schmerzen haben, wir wollen den negativen Gefühlen irgendwie entgehen und strengen uns an, damit wir die eben nicht erleben müssen. Völlig klar. Trotzdem glaube ich, dass es sehr oft helfen kann, sich aktiv und bewusst für negative Gefühle zu entscheiden, also sie anzunehmen und hinzunehmen. Natürlich lassen sie sich häufig dann auch ändern, zum Beispiel indem ich meine Gedanken über eine Situation ändere, meine Einstellung der Situation gegenüber oder indem ich eine Lösung finde, wie ich das Problem behebe. Sehr häufig kommen wir aber gar nicht erst an diesen Punkt. Ich glaube, es war Petra Bock, die von den, jedenfalls hatte ich das da mal gelesen, von den verschiedenen Ebenen gesprochen hat, der Erwachsenenebene, der Elternebene und der Kindebene. Jeder von uns, ich werde nochmal einen kurzen Seitenarm da in dieses Thema machen, jeder von uns ist in seinem Bewusstseinszustand immer in irgendeiner dieser Ebenen, der Erwachsenenebene, der Elternebene oder der Kindebene. Wir versuchen im Grunde, wenn wir ein ausgewogenes, gutes Leben führen wollen, so häufig wie möglich in der Erwachsenenebene zu sein. Und wir rutschen manchmal in diese oder jene Ebene ab und verhalten uns dann nicht so, wie wir souverän eigentlich uns verhalten wollen würden. Beispiel, der Laptop geht kaputt und wir suchen die Schuld bei dem Hersteller zum Beispiel und sagen, so ein, ich habe den doch erst vor zwei Jahren gekauft, warum ist denn jetzt die Garantie gerade immer geht das nach der Garantie kaputt. Ich bin so ein armer Tropfen, weil ich immer so ein Pech habe mit meinen technischen Geräten. Jetzt muss ich das zum Service und die haben Schuld, dass mein Laptop jetzt kaputt gegangen ist, weil die so eine blöde Qualität hergestellt haben. Dann, das ist kein sehr souveräner Umgang mit dieser Situation. Natürlich kann ich jetzt wutentbrannt eine E-Mail an den Support schicken, in der Hoffnung, dass sie das Gerät dann trotzdem vielleicht ersetzen oder was auch immer. Aber ich ärgere mich halt. Und ich bin in der Situation, wenn ich mich ärgere und sauer bin auf den Hersteller, bin ich die Einzige, die irgendeine negative Vibration jetzt in ihrem Leben hat, ein negatives Gefühl. Der Hersteller, dem ist das nämlich egal. Der kriegt die E-Mail, vielleicht ärgert der sich auch, dann habe ich sogar den Ärger in der Welt noch ein bisschen erhöht. Und es hilft ja nichts, wenn ich mich ärgere, damit wird die Situation auch nicht gelöst. Das einzig Positive am Ärger ist, dass ich eine Zeit lang das Gefühl habe, mir Luft zu machen. Wenn ich aber hier in dieser souveränen Erwachsenenebene bleibe und nicht die Schuld bei jemandem suche und den dann irgendwie fertig mache, sondern akzeptiere, dass die Situation jetzt einfach blöd ist, ich aber halt damit umgehen muss und dem Support zum Beispiel eine freundliche E-Mail schreibe, dann kann es sogar sein, dass der Mensch dort viel eher dazu neigt, meinen Laptop doch noch zu reparieren, als wenn ich ihn irgendwie blöd anmache. Ja, das ist eigentlich ja logisches Denken, also da ist ja gar kein Hokus-Pokus mit dabei, aber trotzdem lassen wir uns häufig von unseren Gefühlen überwältigen und agieren dann so im Affekt und sind wütend und hauen dann irgendwie so eine E-Mail raus mit einer Wortwahl, die uns vielleicht sogar im Nachhinein leidtut, die in der Regel ja auch nichts Gutes bewirbt. Ja. Das also in den verschiedenen Ebenen. Wir sollten also versuchen, in dieser souveränen Erwachsenenebene so oft wie möglich zu bleiben, weil wir dann, und das steckt eigentlich dahinter, gut unsere Gefühle aushalten. Wir fühlen den Ärger ja trotzdem, weil wir uns darüber ärgern, dass der Laptop jetzt kaputt ist und wir gehen damit aber völlig souverän um, weil wir den Ärger nicht als negativ empfinden, beziehungsweise weil es für uns nicht schlimm ist, dass wir uns jetzt ärgern. Der Ärger kommt im Grunde nicht ganz bis an unsere Substanz ran, sondern wir denken über die Situation anders. Ich nehme das nochmal als Beispiel. Der Laptop ist kaputt. Möglichkeit A, wie man über diese Situation denken kann, habe ich gerade schon gesagt, beispielsweise indem man denkt, ist ja klar, ich habe sowieso immer Pech mit meinen elektrischen Geräten. Jetzt muss ich dem Support eine E-Mail schreiben. Warum sind die so doof und stellen so schlechte Qualität her? Ich ärgere mich, dass ich nicht arbeiten kann. Das wäre eine Möglichkeit, wie man darüber denken kann. Es ist aber nicht sehr zielführend. Wie könnte man noch über die Situation denken? Der Laptop geht kaputt und ich denke, so ein Mist. Jetzt muss ich dem Support eine E-Mail schreiben und kann zwei Tage nicht arbeiten oder wie lange auch immer. Ich muss mir einen Ersatz besorgen. Ich muss dafür sorgen, dass ich die Termine, die ich habe, umlege oder was auch immer. Ich muss Alternativen finden zu dem, was ich bisher geplant hatte. Punkt. Da ist der Ärger zwar auch so ein bisschen mit drin, wenn man am Anfang sich kurz darüber ärgert, das man jetzt umplanen muss, aber dieser Ärger wird sehr schnell in Lösungen transportiert. Er wird umgewandelt in konstruktive Lösungen. Wie gesagt, der Ärger ist trotzdem da für den Moment am Anfang, aber man weiß sofort durch die andere Einstellung der Situation gegenüber, dass der Ärger halt hier nicht förderlich ist. Wenn ich jetzt voller Ärger versuche, meine Termine zu koordinieren, zu re-koordinieren, muss man ja sagen, dann führt das in der Regel ja auch nicht zu positiven Effekten. Wenn ich aber sofort lösungsorientiert bin und mir denke, okay, so ist die Situation, was kann ich daraus machen, wie kann ich das jetzt ändern, dann übernehme ich Verantwortung für die Lösung der Situation. Und ich finde es wichtig, hier einen kurzen Unterschied zu machen. Ich habe den Laptop nicht kaputt gemacht. Natürlich kann man da jetzt argumentieren, wie ich schon sagte, es gibt durchaus Herleitungen, wenn man jetzt mit dem Gesetz der Anziehung beispielsweise das verknüpft, dann würde, dieses Gesetz der Anziehung würde sagen, ich habe durch meine Gedanken oder Einstellungen oder Wünsche aus der Vergangenheit dafür gesorgt, dass der Laptop kaputt geht. Das ist vielleicht ein Zeichen für etwas oder vielleicht habe ich diese Einstellung, meine elektrischen Geräte gehen sowieso immer kaputt, dann würde das Gesetz der Anziehung das bestätigen, indem weitere elektrische Geräte kaputt gehen. So die Theorie dahinter. Ob ich jetzt daran glaube oder nicht, mal völlig zur Seite gepackt, egal warum dieser Laptop jetzt kaputt gegangen ist, ob das jetzt irgendwie Fremdeinwicklung war, ob ich mir das aus Versehen manifestiert habe oder was auch immer der Grund ist, egal. Wichtig ist, dass ich die Verantwortung für die Lösung übernehme. Natürlich ist es jetzt so, dass der Support beispielsweise dieses Problem lösen kann, weil ich ja das Gerät dann da einschicke. Ich meine damit aber, dass ich eben, wie ich gerade sagte, nicht Schuldzuweisungen mache und mir jemanden suche, dem ich die Schuld daran geben kann und dem die Verantwortung übertrage, nach dem Motto, du hast so einen schlechten Laptop gebaut, jetzt sieh mal zu, dass der schnell wieder heile ist, weil ich viel Arbeit zu tun habe, sondern ich übernehme die Verantwortung für die Lösung des Problems und überlege mir, wie ich die Situation jetzt bestmöglich lösen kann, um wieder in meine Aktivität zu kommen, in meine Produktivität zu kommen. Und da kann natürlich, je nachdem, in welchem Mindset man so drin ist, da kann natürlich dazugehören, auf Fehlersuche zu gehen, also sich zu überlegen, wie ist es denn dazu gekommen, dass der Laptop jetzt kaputt gegangen ist. Habe ich eine Idee, was dahinter steckt? Und da kommt es, wie gesagt, darauf an, wenn man jetzt an das Gesetz der Anziehung glaubt und in diese Richtung weiterdenken will, kann man sich halt fragen, was für Gründe könnte es haben, dass der Laptop jetzt kaputt gegangen ist. Wenn man da nicht rein glaubt, beziehungsweise sich nicht damit auseinandersetzen will, dann kann man das auch anders herleiten und kann überlegen, okay, habe ich das irgendwie forciert? Habe ich, keine Ahnung, den Akku falsch benutzt, zum Beispiel, dass der jetzt kaputt gegangen ist? Oder was auch immer, habe ich das Ding irgendwie unsicher transportiert und könnte deshalb ein Defekt dahingegangen sein? Was kann ich tun, damit in Zukunft dieses Problem nicht mehr aufkommt? Und je nachdem, wie man an die Situation herangehen will, gibt es halt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die haben aber alle gemein, dass sie lösungsorientiert sind. Das heißt, man übernimmt die Verantwortung für die Situation. Und wie ihr merkt, da ist dann nicht dieses Schönreden dabei, nach dem Motto, vielleicht war das ja gut, dass der Laptop kaputt gegangen ist. Und ich möchte wiederholen, auch das wäre ja eine Lösung, zu sagen, okay, der Laptop ist kaputt, ich werde ihn einschicken, ich werde jetzt nicht mir eine Alternative suchen, wie ich meine Aufgaben trotzdem erledige, sondern ich nehme das jetzt als Anlass, um ein paar Tage Urlaub zu machen oder mich rauszunehmen oder was auch immer zu machen und mich zu entspannen zum Beispiel. Ich nehme, und da ist ja auch egal, wie man es herleitet, entweder nehme ich das als Zeichen des Universums, dass ich mich mal entspannen sollte oder ich nehme es einfach rational, weil ich sage, ich kriege jetzt nicht so schnell einen Ersatz organisiert. Ist nicht so schlimm, die Aufgaben können auch noch eine Woche warten, ich werde jetzt mich entspannen. Merkt ihr, dass es völlig egal ist, welche Lösung man am Ende wählt? Hauptsache die eigene Meinung passt zu der Situation und ergibt einen souveränen Umgang mit dem Problem. Das ist eigentlich das, was ich heute gerne mitgeben möchte. Egal, welche Situation es ist, ob sie positiv ist, ob sie vermeintlich negativ ist, es ist okay, im Leben auch negative Situationen zu haben, denn das Leben ist gut und schlecht. Jeder von uns hat mal negative Erfahrungen, jeder wird mal krank, jeder muss mal sich mit negativen Situationen irgendwie auseinandersetzen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, denn wir haben die Fähigkeit, auch mit negativen Gefühlen, also Gefühlen, die wir eigentlich vermeiden möchten, uns auseinanderzusetzen. Das ist erstmal der erste Punkt, diese allgemeine Offenheit vermeintlich negativen Gefühlen gegenüber. Es erfordert manchmal ein bisschen Mut, denn das kann auch emotionaler Schmerz sein, wie bei Liebeskummer zum Beispiel. Wer mutig ist, sich auch negativen Gefühlen zu öffnen, der wird in seinem Leben eine ganz neue Qualität erleben. Das ist meine These, die ich mal so in den Raum stelle. Das ist auch das, was ich selber in meinem Leben bisher erfahren habe. Wenn ich immer nur versuche, negativen Gefühlen auszuweichen, dann erreiche ich persönlich die Ziele nicht unbedingt, die ich mir setze, weil so etwas wie Scheitern oder Scham wären zum Beispiel negative Gefühle. Scheitern an sich ist ja noch kein Gefühl, das ist nur eine Ausgangssituation für ein Gefühl, aber Scham beispielsweise ist ja ein Gefühl, das man vermeiden möchte. Und wenn ich aber bereit bin, Scham in Kauf zu nehmen, dann traue ich mich auch, manche Dinge, manche neuen Situationen, manche Ziele und so weiter mir zu setzen, die ich dann erreichen möchte. und ich bin gewillt, auch Scham zu fühlen, falls ich diese Ziele nicht erreiche oder falls ich, was auch immer, was für eine Situation das auch immer ist. Wenn ich jetzt jemand mit jemandem flirten möchte, dann ist es zum Beispiel, erfordert es ja Mut, dass ich da hingehe und offen mit dem flirte, weil ich weiß, ich kann eine Abfuhr kriegen und das erzeugt dann Scham in mir. Wenn ich bereit bin, zur Not mit dem Gefühl von Scham mich auseinanderzusetzen, dann bin ich auch bereit, diese Situation irgendwie zu provozieren und mit demjenigen zu flirten zum Beispiel. Es lässt sich also auf alle Situationen übertragen. Der erste Schritt ist also, bereit sein, auch negative Gefühle zu empfinden. Der zweite Punkt ist dann, Verantwortung übernehmen für die Lösung der entstandenen Situation. Also eine souveräne Einstellung zu haben, sich zu fragen, wie würde jemand, der souverän mit dieser Situation umgeht, denn darüber denken? Das ist so ein kleiner Hilfsmittel, wenn man es selber nicht so richtig weiß, wie man mit einer Situation umgehen kann. Wie würde eine souveräne Person, vielleicht kennst du ja zufällig, eine Person, die du als souverän einstuhst, wie würde diese Person in der gleichen Situation wohl über die Situation denken? Und dieses Mindset versucht man so für sich dann zu adaptieren und man überlegt sich, wie kann ich mit der Situation nun am besten klarkommen? Wie kann ich ehrlich zu mir selbst sein? Und welche Lösungen finde ich? Nochmal das Laptop-Beispiel, entweder ich schicke den Laptop jetzt zur Reparatur ein und organisiere mir Alternativen oder ich nutze die erzwungene Auszeit für etwas Positives, für ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und für Urlaub. Das Endergebnis ist völlig unterschiedlich, aber beides Mal wurde die Lösung aus einem souveränen Mindset herausgetroffen in Eigenverantwortlichkeit. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass ich auch für den Grund der Situation, für die Ursache der Situation Verantwortung übernehme, sondern es bedeutet nur, dass ich die Verantwortung übernehme über meine Meinung zu dieser Situation, über meine Gedanken über diese Situation und damit auch für meine Gefühle in der Situation. Ich hoffe, dass das helfen konnte und dass euch das motiviert, auch euch zum Beispiel hohe Ziele zu setzen, die ihr dann erreichen wollt, weil ihr bereit seid, die Verantwortung in der Situation, die dann neu entsteht, zu übernehmen. Ob das nur ein Scheitern ist, ob das ein Erreichen ist, egal. Ich helfe euch sehr, sehr gerne dabei, das zu etablieren und das aufzubauen und habe dafür am 30. Juli ein Seminar geplant, zu dem ihr euch, wenn ihr möchtet, gerne anmelden könnt. Ihr findet die Informationen in den Shownotes, in der Beschreibung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir einfach da ein paar Stunden in uns Zeit nehmen, um unerreichbare Ziele zu setzen und vorher machen wir so Mindset-Arbeit, dass wir auch bereit sind, diese unerreichbaren Ziele zu setzen und was es damit auf sich hat. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Ansonsten hören wir uns möglicherweise demnächst wieder in einer neuen Podcast-Folge und jetzt möchte ich noch für alle Schreibinteressierten gerne einen kleinen Schreibtipp geben. Ich wurde gefragt, wie man es hinkriegt, bei einem Roman auf 300 oder 400 Seiten zu kommen, wenn man nach 100 Seiten schon das Gefühl hat, dass die Geschichte bald zu Ende ist. Zuerst einmal, bevor ich da ein paar Tipps gebe, möchte ich darauf hinweisen, dass es natürlich nicht immer notwendig ist, einen Roman von 300, 400 oder 500 Seiten zu schreiben. Denn es gibt ja nicht umsonst verschiedene Gattungen, wie beispielsweise ja auch Novellen oder Erzählungen oder so Richtung Kurzroman, die dann so um die 100 Seiten lang sind und manche kleineren Romane, nenne ich es mal, haben ja auch nur 200 Seiten oder 180 Seiten. Ich habe neulich bei mir im Newsletter beispielsweise das Buch Das wirkliche Leben vorgestellt und ich meine, das liegt bei knapp unter 200 Seiten. Das ist ein super Roman mit der in sich abgeschlossenen Geschichte, wo man nicht das Gefühl hat, dass das jetzt noch irgendwie mehr bedarft hätte. Die Geschichte war gut, so wie sie erzählt wurde. Ich möchte also ein bisschen davor warnen, dass man so versucht, eine Geschichte aufzublähen, nur um auf eine bestimmte Seiten oder Wortzahl zu kommen. Aber angenommen, ihr habt nun eine Geschichte, die ihr unbedingt irgendwie auf 300 Seiten bringen wollt und seid bei 150 und denkt euch, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch groß schreiben soll. Dann möchte ich ein paar Tipps geben, auf die ihr mal achten könnt, die ihr vielleicht mal mit einfließen lassen könnt, die aber natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, weil es nichts bringt, meine Meinung nach, einen Roman künstlich aufzuplustern, denn dann ist er häufig nicht mehr spannend oder kann auch verwirrend werden. Das also immer im Hinterkopf behalten, bitte, dass alle diese Tipps mit Vorsicht zu genießen sind. Okay, mein erster Tipp ist, dass man in den einzelnen Szenen mehr Sinne und so weiter einfließen lassen kann, vielleicht auch mehr Beschreibung oder mehr Details einfließen lassen kann, da kommt es natürlich sehr darauf an, wie schon der eigentliche Schreibstil ist und wie viel Beschreibung und so weiter jetzt auch schon irgendwie da ist. Ein bisschen allgemein gehalten, aber beispielsweise habe ich das sehr häufig schon gesehen bei Texten, dass eine Szene quasi sehr straight erzählt wird, also der Fokus liegt dann klar auf der Handlung und es wird ganz klar erzählt, was die Figur tut und innerhalb von einer Seite ist die Szene dann irgendwie abgehakt und der Tipp wäre hier, wenn man so eine Szene irgendwie so ein bisschen ausweiten will, dass man sich etwas mehr Zeit nimmt, um das drumherum auch mit einfließen zu lassen. Damit meine ich gar nicht so die Raumbeschreibung oder so, sondern eher Dinge, die zur Atmosphäre beitragen. Also, das kommt halt total auf die einzelne Szene an. Habt ihr beispielsweise das Wetter berücksichtigt? Kann das einen Einfluss auf die Szene haben? Ist es wichtig zu wissen, was für Wetter herrscht? Wenn ja, es könnte ja sein, dass es regnet oder Nacht ist. Wie fühlt sich das an? Wie riecht der Regen? Wie hört sich das Prasseln auf dem Dach an? Wie, keine Ahnung, spiegelt sich der Mond im Wasser oder was auch immer? Habt ihr die Möglichkeit, Atmosphäre zu schaffen? Dazu müsst ihr natürlich wissen, was für eine Atmosphäre blablabla was für eine Atmosphäre in der Szene vorherrschen soll. Könnt ihr da also mit der Umgebung und so weiter dann irgendwie diese Atmosphäre noch mehr herausstellen, indem ihr die verschiedenen Sinne ansprecht? Das wäre eine Möglichkeit, um eine Szene so ein bisschen größer zu machen, nenne ich es mal. Dann habe ich sehr häufig schon gesehen, dass es, ja, ich nenne es mal an Fleisch fehlt. Also, wie ich vorhin sagte, dann ist sozusagen das Grundgerüst da. Die Szene wird einfach straightforward erzählt, aber man kann sich nicht so ganz richtig reinfinden, weil beispielsweise die Gedanken der Figuren fehlen. Man hat das Gefühl, man beobachtet wie im Film, man beobachtet die Figur bei einer Aktion, aber es fehlen eigentlich so diese reflektierenden Gedanken. Die Figur tut etwas und denkt darüber ja auch eine bestimmte Sache oder sie hat ein Gespräch und es fehlen die Gedanken, diese Einordnung der Figur. Das könnte man auch machen, das, da kommt es halt drauf an. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Einzelfall dann anwendbar ist, aber ich weiß, dass das halt häufig, ähm, ja, etwas runter, hinten runter fällt. dass man also auch die Gedankenwelt der Figuren mit berücksichtigt, mit einfließen lässt und da auch jetzt nicht in seitenlange innere Monologe vielleicht abdriftet, aber so zur Einordnung ist es ganz hilfreich, einfach zu wissen, was die Figur denkt in der Situation. Dann hätte man die Möglichkeit, das Konfliktpotenzial zu erhöhen. Manchmal ist es so, dass eine Szene wenig Konflikte hat oder vielleicht einen Hauptkonflikt und wenn man schon insgesamt das Gefühl hat, dass die ganze Geschichte etwas zu kurz geraten ist, dann kann man natürlich einfach die Handlung etwas vielschichtiger machen und die Konflikte innerhalb der Handlung dann erhöhen. Also mehr Probleme bereiten. Das hilft auch manchmal, ich nehme mal ein Krimi als Beispiel, wenn ich einen Krimi habe, dann kann es beispielsweise sein, dass ich am Anfang des Falles sozusagen dann mehrere Verdächtige habe und diese Verdächtigen dann irgendwie abgearbeitet werden sozusagen und es kommt dann in diesem Plot immer wieder zu Sackgassen. Das heißt, häufig ist es so, gerade wenn man anfängt mit dem Schreiben, dass man seine Handlung, die man im Kopf hat, einfach aufschreibt und sie von A bis Z im Grunde ein Weg ist. Und wenn man feststellt, dass dieser Weg relativ kurz geraten ist mit zum Beispiel 150 Seiten, kann man versuchen, wenn es zu der Geschichte passt, den Plot noch so ein bisschen so anzupassen, also die Handlung so anzupassen, dass mehr Sackgassen entstehen und dass die Figur häufiger in die falsche Richtung geht, das dann eben feststellt, zurückgeht und sich nochmal neu sortieren muss und eher so, statt einfach straight von A bis Z durchzuerzählen, ist das eher so ein bisschen in Schlangenlinien erzählt. Dass halt hier und da mal ein Umbruch ist und dass der Plot halt nicht ganz so gerade ist, sondern ein bisschen gewundener. Zusätzlich kann man, wenn man möchte und wenn es passt, noch weitere Nebenhandlungen einführen, da möchte ich so ein bisschen vorwarnen, weil der Hauptplot manchmal dann etwas untergeht, aber falls es jetzt der Fall ist, dass es im Grunde nur einen Hauptplot gibt, eine Haupthandlung, die von A bis Z durcherzählt wird, hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel zwei Nebenhandlungen noch dazu zu machen und die eben auch noch so ein bisschen zu erzielen und denen alle paar Seiten eben einen kleinen Raum zu geben, macht halt Sinn oder ergibt halt Sinn, wenn das zur Haupthandlung passt und wenn es sich aus der Geschichte auch so ergibt. Das ist nicht immer der Fall, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dann Nebenhandlungen noch mit einzubringen. Das sind so die Punkte, die, denke ich, erst mal helfen, um sofort irgendwie das umzusetzen. Selbstverständlich wäre es auch möglich, den ganzen Plot oder die ganze Geschichte mal mit einem Profi durchzusprechen, um da zu sehen, wo ist es bei meinem speziellen Fall denn die Möglichkeit, dass ich das irgendwie noch erweitern kann. Aber so allgemein gesprochen sind das ein paar Punkte, die man beachten kann, wenn man das Gefühl hat, irgendwie habe ich hier zu wenig Fleisch am Knochen, ich will noch da was dazubringen und mir Sinne einfließen lassen, die Gedanken vor allen Dingen mit einzuschreiben, also die Distanz auch zur Figur zu verringern und alles etwas ausladender sozusagen zu beschreiben, mehr Konflikte zu machen oder die Fallhöhe eben auch zu steigern und so klar zu machen, worum es wirklich geht, mehr Nebenhandlungen einzufügen und auch dann Sackgassen im Plot zu machen. Ihr könnt natürlich gerne noch eure eigenen Ideen mit einbringen, indem ihr das einfach hier unter dem Podcast, je nachdem, wo ihr das gerade seht, als Kommentar hinterlasst oder auf Instagram beispielsweise dann auch als Kommentar hinterlasst. Vielleicht habt ihr ja noch mehr Ideen, wie man einen Roman in Anführungszeichen aufplustern kann, aber eben ohne, dass man das Gefühl hat, das wird jetzt irgendwie nur mit Füllmaterial irgendwie ausgepolstert, sondern das ist mir sehr wichtig, dass ihr erkennt und erkennen lernt, wann ein Roman oder eine Geschichte gut genug erzählt ist, ohne dass da eine bestimmte Seitenzahl hinter steckt und wann sie tatsächlich noch Entwicklungspotenzial hat. Das ist eine Sache, die man nach und nach lernt, mit Erfahrung, mit Lektoraten beispielsweise auch. Lektorate sind immer total empfehlenswert, um seinen Schreibstil auch voranzubringen und ich bin gespannt auf eure Ideen und ich danke euch vielfach für eure Zeit, die ihr heute mit mir verbracht habt, hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder und wünsche euch ganz viel Spaß in der kommenden Woche. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast. Es würde mir sehr helfen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung geben würdest, damit er auch von anderen kreativen Menschen gefunden werden kann. Schreib doch bitte eine kurze Rezension auf dem Portal, wo auch immer du diese Folge gerade gehört hast. Wenn du mehr zur frei und wunderbar Akademie erfahren willst, dann komm rüber zu www.freiundwunderbar.de